ja hi freunde damit herzlich willkommen zum ersten call of duty black ops 4 beta game play des blackout modus des battle royale modus und ja wir spielen da mal eine runde rein suchen uns mal einen charakter aus haben wir noch gar nicht doch haben wir haben wir alter zum dies gibt es auch mal vier blössler einsetzen und ich würde sagen wir schauen uns mal das ganze geschehen hier an ich bin auf jeden fall richtig gespannt ich weiß ja auch noch nicht was mich da so erwartet aber es sieht schon mal sehr vielversprechend aus das finde ich sehr gut bäm bäm alter boxen wo will ich denn hin alter ja ja ich boxe dich auch gleich du hund blackout die missionsuhr läuft los 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 geil alter wo sehe ich jetzt wo ich meinen wegpunkt gesetzt habe krass halt auch die karte ne heftig der helio verkrafte den sehe ich gar nicht schön geil alter haben wir halt auch wie das aussieht ne bombe was ist das potenzieller kollaps entdeckt jeder sollte sich in die angegebene sicherheitszone begeben dazu muss ich doch erstmal gucken wo die ist wie kann ich in die waffe auswählen ich hab nur voll schnell ohne waffe bin ich echt im eimer lass mich rein ich brauche eine knarre alter shit alter ich glaube ich bin im arsch aber wo ist die zone spaß dies haut mal ohne mich ab alter wat für fucking team members richtige bauern zeit kreis kollaps steht bevor allemal in sicherheit kreis kollaps ist geil Geil! Komm! Überfahren wir den Hund! Komm, komm, komm! Ja, Mann! Du Hund, Alter! Arsch! Digga! Vorratslieferung unterwegs! Trupp vollständig vom Feind ausgelöscht! Das Training war ungenügend! Ja, gut, kommt, Jungs! Eine Runde machen wir noch! Eine Runde hängen wir noch dran! Alter, nicht schlecht, muss ich sagen! Die Grafik ist übelst! Nice! Und wie die das alles umgesetzt haben! Fahrzeuge! Alter! Moveman! Krass! Lohnt sich echt die Beta anzuzocken und auch sich das Spiel zu holen bis jetzt! Aber wenigstens haben wir schon mal einen Kill! Das zeigt schon mal, dass ich in dem Modus kein Komplettversager bin! Boom! 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 Ja, ja! Karte, wir markieren mal! Geht man raus! Hier! Blackout! Ja! Ja! Sicher das Missionsgebiet! Wenn wir sich finden, springen wir einfach random raus! Scheißegal! Das dauert noch ein bisschen! Dass wir da sind! Dass wir da sind! Ja! 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 Geile Animationen, Alter, Bombe von Call of Duty und Activision. Ey, so ein Hund. Naja gut, dann war es das erstmal für das erste Video und wir sehen uns dann beim nächsten. Es kommt definitiv noch mehr. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.